Ein Präventionsprogramm im Jubiläumsjahr. Henrietta in Fruktonia. Seit 15 Jahren stellt die ARK Nordost mit der ungewöhnlichen Reise der Henrietta die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und Freundschaft in den Mittelpunkt. Henrietta und ihr Freund der Kochlöffel Quassel treffen in dem Stück auf Zauberer, Zirkusdokteure und Akrobaten. Nebenbei lernt Henrietta, wie sie sich ausgewogen ernähren kann. Also erstmal das Wichtigste ist, dass sie lernt, dass man das Bewegung gut tut, dass es Spaß macht, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und dass das alles kein Zwang und kein Muss ist. Also wir machen das nicht mit den überhobenen Zeigefingern, sondern sagen, jeder kann sich eigentlich selber darin wiederfinden und muss für sich selber was rausfinden, was gut für ihn ist. Im Schiberiner Kapitol gab es zwei Vorstellungen. Vorher kam Henrietta in Fruktonia schon in Rostock. Spät, Prenzlau, Neubrandenburg, Güstrow und Pritzwald auf die Bühne.